Und jetzt fragen wir Dalia, Deutschlehrerin in Kairo, warum Deutschlehrer eigentlich am MMF teilnehmen sollten. Es gibt ganz viele Gründe. Zum einen lernen sie auch andere Lehrer weltweit kennen. Sie lernen, die das große Angebot im Internet kennen. Und es ist sehr, sehr interessant zu sehen, was die Lehrer alle machen. Jeder Lehrer hat seine Schwerpunkte in bestimmten Bereichen und sich da auszutauschen, ist sehr interessant. Vielen Dank, Dalia.